Baby Nummer 2, Anna Maria ist wieder schwanger Tolle Neuigkeiten von Anna Maria Damm, 26 Im Sommer durfte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin zunächst für ihre Schwester Katharina Damm freuen, Kat und ihr Mann Leonardo sind im Juli nämlich zum ersten Mal Eltern geworden. Die beiden durften ihre kleine Tochter Lorena auf der Welt begrüßen. Jetzt folgen die nächsten Babynuss aus der Familie, Anna Maria ist wieder schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Diese süße Nachricht verkündete Anna Maria jetzt voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. Sie veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Liebsten Julian und ihrer Tochter Eliana posiert, und dabei präsentiert sie auch schon ihren Babybauch. Unsere Familie wächst, verkündete die zweifach Mama in Spar und betonte zudem, wir können es immer noch nicht realisieren. Zudem verzierte sie ihr Posting unter anderem mit einem Baby-Emoji. Aber nicht nur die werdenden Eltern sind bei diesen Neuigkeiten total aus dem Häuschen, auch Anna Marias Fans und Freunde sind total hin und weg. Ich freu mich so. Juhu, kommentierte beispielsweise der Influencer Yannick Stutzenberger. Und auch Anna Johnson, 29, hinterließ ihre Glückwünsche, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Anführungszeichen.